Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zu einer weiteren Runde One Piece Talk und Theorien. Diesmal beschäftigen wir uns mit Kaido, der 100 Bestien, der stärksten Kreatur der Welt. Denn ich finde, er bekommt sehr viel Kritik ab. Viele finden, dass Kaido nicht so dargestellt wird, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, als das Monster, das jeden 1 gegen 1 Kampf unbedingt gewinnen muss. Aber auf der anderen Seite wird natürlich auch Ruffy kritisiert, der jetzt bereits in so jungen Jahren, und er ist nun mal erst 19 Jahre alt, auf ein Level gestellt wird, wo er Kaido besiegen kann. Aber wir gucken uns heute mal genau an, war das überhaupt ein 1 gegen 1 Kampf? Und wir fangen mal ganz vorne an. Was war denn überhaupt die echte Aussage aus Kapitel 795? Damals wurde Kaido vorgestellt und tatsächlich gab es die Aussage, sollte es zu einem 1 gegen 1 Kampf kommen, egal ob das jetzt in der Luft stattfindet oder auf Land oder auf See, dann sollte man immer auf Kaido wetten. Und es wurde natürlich auch angepriesen, wie oft wurde er verhaftet, wie oft wurde versucht, ihn zu töten. Aber, und das ist hier ganz wichtig, es wurde auch gesagt, dass Kaido in seinem Leben einige Niederlagen einstecken musste. Jetzt schauen wir uns doch mal an, was ist jetzt schon bereits auf Onigashima passiert? Was hat Kaido schon abbekommen? Und ist er überhaupt noch auf 100% oder hat das doch ein paar Spuren oder sogar Narben hinterlassen, was er mittlerweile schon einstecken musste? Der Kampf gegen Kaido begann in Kapitel 986 und dauert mittlerweile über 40 Kapitel. Das ist länger als mancher One Piece Arc. Und ich finde, das ist schon einem Kaiser würdig. Und man kann tatsächlich einige Parallelen zum Kampf der Marine gegen Whitebeard sehen. Dort wurde Whitebeard auch immer weiter, immer weiter geschwächt, bis er am Ende dann halt eben auch sein Leben auf Marine fortlassen musste. Und ich denke, bei Kaido wird es ähnlich laufen. Natürlich glaube ich nicht, dass Ruffy ihn töten wird, aber es könnte ja ein anderer Charakter auf den Plan kommen, Kaido endgültig den Gar auszumachen. Den Auftakt machten die roten Schwertscheiden. Sie sind damals durch die Wand gebrochen und haben sich direkt auf Kaido gestürzt. Hier eine kleine Information aus der Vifre-Card. Dort haben wir nämlich erfahren, dass alle Mitglieder der roten Schwertscheiden in der Lage sind, natürlich das Rüstungshaki, auch das Observationshaki einzusetzen. Und ich kann mir gut vorstellen, beim Kampf gegen Kaido haben die alles gegeben. Das heißt, jeder Angriff von denen ist mit Sicherheit auch ein Rüstungshaki-Angriff gewesen. Sie haben sich auf ihn gestürzt. Kaido fiel nach unten. Und während des Fallens gehen wir ein wenig ins Detail. Da hat nämlich Kinomon und Denjiro versucht, durch seinen Torso zu stechen. Kiko Nojo hat versucht, durch seine Hand zu stechen. Raizo hat sogar versucht, seinen Kopf abzuschneiden. Und Nekomamushi hat versucht, ihm einen Arm zu brechen. Ja, und dann sind sie irgendwann unten aufgekommen. Und wir haben auch schon gesehen, dass Kaido da ein paar Schrammen und sogar angefangen hat zu bluten. Also, man kann hier auf jeden Fall sagen, dass Kaido nicht auf diesen Angriff vorbereitet war. Und auch wenn er andere Sachen sagt, dass sie vielleicht zu schwach waren, ihm tatsächlich großen Schaden anzurichten, können wir davon ausgehen, dass er ab diesem Punkt nicht mehr auf 100% gewesen ist. Kaido verwandelte sich daraufhin in einen Drachen und hat die roten Schwertscheiden mit nach oben genommen. Der Kampf sollte fortan auf der Schädeldecke weiter stattfinden. Und jetzt haben die roten Schwertscheiden angefangen, ihre Spezialattacken einzusetzen. Wir haben einmal den Fuchsfeuer-Steel von Kinomon. Wir haben einmal einen Crimson Cat-Angriff von Nekomamushi. Wir haben von Kawamatsu einen Kappa-Style. Wir haben von Inuarashi einen Kanin-Style. Wir haben von Kiko Nojo einen fallenden Schnee-Style. Und wir haben nochmal einen Kugelbeschuss von Isso bekommen. Dazu kommt natürlich, dass Kaido versucht hat, mit einem Blast Breath anzugreifen. Dieser wurde ihm aber mit Hilfe der Schriftrollenfrucht von Raizu zurückgeschlagen. Aber auch das hat natürlich alles Spuren an Kaido hinterlassen. Auch wenn das ihm jetzt natürlich nicht den allergrößten Schaden gemacht hat. Und er das natürlich gut wegsteckt. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch nicht ganz genau, wie viel Schaden das wirklich gemacht hat. Denn wir müssen hier immer von den Aussagen von Kaido ausgehen. Und jemand wie Kaido, der möchte natürlich nicht schwach dastehen. Und möchte halt eher seinen Gegner damit runter machen, dass er gar nicht so stark genug ist, ihm überhaupt Schaden zu machen. Mit diesen Worten im Gedächtnis nähern wir uns auch dem Ende der roten Schwertscheiden. Und nähern uns natürlich auch Kapitel 1000. Sie versuchen noch einen Kombinationsangriff. Kinomon, Azura Doji, Denjiro und Inuarashi mit dem Oden-Zwei-Schwerter-Stil. Versuchen sie die Narbe, die damals Kozuki Oden vor 20 Jahren bei Kaido verursacht hat, wieder zu öffnen. Das gelingt ihnen nicht. Es sieht aber trotzdem ziemlich schmerzhaft aus für Kaido. Auch wenn er natürlich sagt, ihr seid nicht Kozuki Oden. Ihr seid nicht so stark. Auch wenn ihr natürlich stark seid. Aber so stark seid ihr halt eben noch nicht. Wir sehen auch noch einen Angriff von Denjiro, der in die Seite von Kaido geht. Aber auch das scheint ihm jetzt nicht viel ausgemacht zu haben. Wir dürfen an dieser Stelle natürlich auch nicht vergessen, dass über einen längeren Zeitraum auch Offscreen zwischen den roten Schwertscheiden und Kaido gekämpft wurde. Aber dann kommen wir zu Kapitel 1000. Die roten Schwertscheiden werden abgelöst durch Ruffy und den anderen Supernova der schlimmsten Generation. Und den Auftakt macht natürlich der Angriff von Ruffy, Red Rock. Und er schlägt Kaido erstmal nieder. In der Zwischenzeit hat sich auch Big Mom zu Kaido gesellt. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass Kaido ein paar Minuten hatte, um durchzuatmen, bevor natürlich Ruffy aufgetaucht ist. Auch wenn Big Mom jetzt dort war, haben sich die anderen nur auf Kaido konzentriert. Und da sahen wir zum Beispiel einen Onigiri-Dreischwerter-Stil-Angriff von Zoro. Dann haben wir sogar einen Enthauptungskrallen-Angriff von Killer gesehen. Da musste sogar Big Mom intervenieren und ihn mit einem Blitz wegschießen von Kaido. Und wir haben noch eine G4 Kong-Gun von Ruffy gesehen. Und dann ging es natürlich weiter mit Kit, der im Punk-Rotten den Punk-Wise eingesetzt hat. Wir haben gesehen, wie Lore den Room-Tagged eingesetzt hat. Ob das wirklich Schaden gemacht hat, kann ich natürlich nicht sagen. Dann kam schon wieder Ruffy im G4 mit seiner Kong-Rifle. Dann hatten wir wieder einen Punk-Rotten-Angriff, Slam Gibson von Kit. Dann hatten wir das Gamma-Knife und das ist schon eine richtig krasse Attacke. Dann haben wir wieder eine Attacke von Killer, den Cypher-Sonic. Und dann hatten wir schon wieder Gear-4-Attacken von Ruffy, den Reno Schneider und die Kong-Gatling. Dazu eben auch noch den Black-Rope-Dragon-Twister von Zoro. Und dann haben natürlich alle fünf wieder Offscreen gegen Kaido und Big Mom gekämpft. Und auch das dürfen wir natürlich nicht außer Acht lassen. Dann kommen wir auch schon wieder zum vorläufigen Finale des Supernova-Kampfs gegen die zwei Kaiser. Wir wissen ja, Kaido und Big Mom wurden dann getrennt und die Supernova haben sich dann auch getrennt. Weshalb dann eben nur noch Ruffy und Zoro und Law gegen Kaido alleine standen. Und wir sahen bei Law einen Injection-Shot gegen Kaido. Zoro brachte seine stärkste Attacke nach eigener Aussage mit dem Asura-9-Schwerter-Stil. Und da können wir davon ausgehen, dass eventuell auch Königshaki involviert war. Und in dem Moment hat Ruffy dann verstanden, wie genau er jetzt das Königshaki im Kampf einsetzen muss. Wie er quasi seine Schläge mit dem Königshaki ummanteln kann. Wie er sie infusieren kann. Und da hat er auch einige kraftvolle Schläge gegen Kaido gelandet. Und dann hat er natürlich Law und Zoro runtergeschickt, damit er alleine gegen Kaido kämpfen kann. Und da hat er auch eine lange Zeit gegen ihn gekämpft. Das haben wir natürlich nicht gesehen. Off-Screen könnte man vermuten, dass es hier ungefähr 30 Minuten lang ging, bis er eben Ruffy besiegt hat. Oder Ruffy halt die Puste ausging und er ihn halt eben von Onigashima heruntergeworfen hat. Danach hatte Kaido zwar einen Moment zum Durchatmen, aber er begab sich direkt nach unten, um Momonosuke zu jagen. Dabei stellte sich Kinemon ihm in den Weg, um ihn aufzuhalten. Der war natürlich kein Gegner. Landete trotzdem noch ein Treffer in das Bein von Kaido, um ihn weiterhin abzulenken. Und da war es dann auch geschehen um Kinemon. Und im nächsten Moment wird Kaido auch schon direkt von seiner eigenen Tochter heraus gefordert. Muss zurückkehren auf die Schädeldecke von Onigashima und fortan gegen sie kämpfen. Sie hat eine müßliche Soan-Teufelsfrucht und hat sehr gut ausgehalten gegen Kaido. Was ihr so ziemlich von den Bestienpiraten nicht wirklich jemand zugetraut hatte. Und wir waren auch Zeuge davon, dass sie in der Lage ist, das Königshaki einzusetzen im Kampf gegen Kaido. Ob sie es genauso eingesetzt hat wie Ruffy, das bleibt hier noch so ein bisschen in der Schwebe. Ich finde, da gab es schon eindeutige Unterschiede. Aber sie hat doch deutlich einige Treffer gelandet. Sie hat ihm beispielsweise auch das Gesicht zerkratzt. Und das Highlight war natürlich der weiße Schlangenangriff von ihr, der gleichzeitig Kaido getroffen hat, als eben auch Ruffy wieder da war. Hier vier Forms, Snakeman, Jet, Calverine, gleichzeitiger Treffer mit Yamato. Spätestens zu diesem Zeitpunkt müssen wir natürlich Ruffys Treffer immer ein bisschen höher bewerten, weil er durchschaut hat, wie man Kaido tatsächlich Schaden zufügen kann. Und in dem Moment setzt er auch direkt einen nach. Und wir sehen noch eine Elefanto-Gun von Ruffy hier gegen Kaido einsetzen. Dann sehen wir Momonosuke, der hier auch seinen Teil beitrugt und eben Kaido in den Schwanz gebissen hat und auch sehr fest zugebissen hat. Wir sahen sogar, dass Kaido erstmal vor Schmerz aufgebrüllt hat, aber auch dann im gleichen Moment gesagt hat, was glaubst du eigentlich, was du da tust? Du machst da gar keinen Schaden. Aber er lenkte eben Kaido ab, damit Ruffy einen weiteren Schlag landen konnte gegen Kaido. Natürlich wieder ummantelt mit König Saki. Und seitdem geht der Kampf Kaido gegen Ruffy weiter. Wir haben auch noch einen richtig krassen König-Saki-Clash gesehen, der auch den Himmel gespalten hat. Und spätestens in dem Moment sollten wir uns eigentlich alle im Klaren sein, dass die beiden in diesem Moment zumindest auf Augenhöhe sind. Ruffy hat natürlich auch viel einstecken müssen in der ganzen Zeit, hat aber jetzt sehr lange Zeit gehabt, während Yamato gegen Kaido gekämpft hat, um sich ein wenig zu erholen. Er hat natürlich auch sehr viel Fleisch gegessen. Und wir wissen, wie das funktioniert bei Ruffy. Das ist quasi viel besser als jede Erholung, die er haben kann. Wenn er viel Fleisch essen kann, ist er wieder fit und kann sich damit, ja, man könnte es wirklich so sagen, wieder hochheilen. Und dann war er auch schon bereits im Kampf gegen Kaido. Und der wird natürlich jetzt auch nicht direkt im nächsten Kapitel beendet sein, sondern der wird vielleicht nochmal seine zehn Kapitel lang gehen. Und dann finde ich das eigentlich sehr gerecht für Kaido, wenn er so abtreten sollte. Für die Freunde der Zahlenspiele habe ich euch auch etwas mitgebracht. Und zwar habe ich ja eingangs erwähnt, Kaido wurde in Kapitel 795 offiziell vorgestellt in der Welt von One Piece. Und wäre es da nicht irgendwie passend, wenn er in Kapitel 1045 besiegt werden würde, dann hätte er ganz genau 250 Kapitel in der Welt von One Piece gebraucht, um Kaido eben zu besiegen. Und das ist ja quasi so etwas wie ein Viertel der Geschichte von One Piece. Und er ist ja einer der vier Kaiser. Also ich habe mir dieses kleine Zahlenspiel ein bisschen ausgedacht. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, was ihr allgemein von Kaido haltet und was ihr von den vielen Verletzungen von Kaido haltet. Und ob ihr jetzt vielleicht nach dem Video eher eure Meinung geändert habt und sagt, Kaido war doch irgendwo dieses Monster, genauso wie Whitebeard damals auf Marineford. Und wenn Ruffy ihn jetzt besiegt, dann geht das auch alles klar. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr One Piece Talk und Theorien und natürlich viel mehr One Piece Content. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch für euer Einschalten und Zusehen. Ich sage Ade. Und dann ist er. Unsere Check-Electer. Wenn wir bilden.